Vater im Himmel, danke für diesen Morgen, dass wir zusammenkommen können und ein Wort studieren können. Wir bitten dich, dass du alle Störungen fernhältst und dass wir diese Dinge verstehen, dass wir das Notwendige verlernen und das Richtige in uns aufnehmen. In Jesu Namen danken wir dir dafür. Amen. Gestern haben wir uns das Informationszeitalter angeschaut, im Speziellen seine Entwicklung vom Jahre 1989 fortan. Es wird auch als der große Knall von dem Internet benennt. Von 1989 bis 1991. Das weltweite Web wurde vorgeschlagen, dann wurde es entwickelt und dann ging es auch in die Welt hinaus. 1996. You have news organizations developed. Hat man Nachrichtensender, die entwickelt werden. The Washington Post. Newspapers that have existed for many years. Zeitungen, die seit vielen Jahren schon bereits existieren. Gehen online. Yahoo News wird entwickelt. Und auf der anderen Seite des Stromes sehen wir, wie Fox News kreiert wird. Und es ist vom Anfang an dafür bestimmt, eine Nachrichtensenderorganisation zu sein, die in die Glauben und Voreinnehmungen diese füttern, von einer bestimmten Art von Gruppe. Konservativ, christlich und die Mehrheit weiß, mittelklasse, 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 mittelstand und amerikaner. 9-11, am 11 September, haben wir den Patriot Act, dieser wird benutzt, um jetzt Kontrolle der Regierung einzubringen, und zwar über das weltweite Web. Und im Jahre 2004, hat man den Arm der Exekutive, welcher Präsident George Bush ist, und er wird zurückgehalten. Durch James Comey und Robert Mellor. I'm going to need to rub out this board. Ich werde dieses Board hier auslöschen müssen, wegwischen müssen. I'm right to do that. Diese Leaks von Snowden, also dass er diese Information rausgegeben hat, im Jahre 2013, stehen in direkter Verbindung mit dem Patriot Act. Es ist der größte Anzahl von Material, was brastlich geleckt wurde. Er hat es durch Wikileaks veröffentlichen lassen. Wikileaks, the leader is, or the head of Wikileaks, Julian Assange. Der Kopf von Wikileaks ist Julian Assange. Told Snowden. Und er hat Snowden gesagt, that if he wants to be safe, he should flee to Russia. Dass wenn er sicher sein würde wollen, dann soll er nach Russland fliehen. And Edward Snowden is currently safe in Russia. Und Edward Snowden befindet sich momentan sicher in Russland. Denn was so ein Ort wie Wikileaks tut, ist das eine Plattform für Leute, die vorbeiteiten, oder ist es eine Plattform für russische Verschwörungstheorien? Welche weitgehend oft Demokratie attackiert. Manchmal gibt es gute Informationen, aber genau wie Fox News und Russia Today 10% sind Disinformation, Falschinformation, Absichtliche Missinformation. Und man kann das sehr deutlich in Wikileaks sehen. Das ist, warum der CIA das wie eine Straße der russischen Misinformation behandelt. Nur ein Beispiel. In 2014 hat Wikileaks gesagt, dass es keine russischen Soldaten in der Ukraine gab. Und das ist, was Wladimir Putin versucht hat, der Welt zu verkaufen. Als sie in die Ukraine eingefallen sind, dann diese ganzen Militärmänner in russischer Uniform, sie hatten ihre Insignien weggenommen gehabt. Und als Obama ihn dann angerufen hatte und sagt, hol deine Männer aus der Ukraine raus, Putin hat dann gesagt, wir sind da nicht drin. Und Obama hat dann gesagt, wir haben Augen, wir können dich sehen. Und Putin hat gesagt, wir sind da nicht drin. Und hat die Thematik einfach geändert oder das Thema geändert. Das Problem mit solchen Lügen ist, es macht eine Antwort sehr schwierig. Und Menschen wissen, dass die Russland in der Ukraine war und auch ist. Sie haben die ganze Halbinsel von Krim genommen. Aber sie haben einfach nur Lügen darüber erzählt. Und sagen, dass die Wahrheit Teile von westlichen Verschwörungstheorien sein. Und eine ihrer Straßen, dies zu tun, oder ihre Wege, dies zu tun, ist Wikileaks. Und hinter Wikileaks gab es eine weitere Seite, nämlich die originale. Julian Assange ist ein Australier. Ein sehr brillanter Mann. Es kann sein, ein bisschen so zerstreut. Ich bin mir sicher, dass es da ein gewisses Grad von mentaler Krankheit gibt. Aber sehr brillant. Er hat sich selbst alles beigebracht. Wie man Computer hackt und das Ganze so macht. Aber er sieht eine Webseite, die er mag. Es geht um Hacking into Computer Systems und Releasing Information. Und zwar ist es, dass man er mag, es Computer zu hacken und dann Informationen zu nehmen und sie zu lecken. Und das inspirierte ihn, Wikileaks zu machen. Und es wurde auch im Jahre 1996 kreiert. Krypton. Also der Vorangänger von Wikileaks hat auch im Jahre 1996 angefangen. Ein total anderes Thema jetzt. Wenn wir über Islam im Jahre 1996 sprechen. Osama Bin Laden hat an diesem Zeitpunkt Krieg, den Vereinigten Staaten den Krieg erklärt. Der Grund, warum ich das hier erwähne, ist, weil 1996 eine Formulierung der Botschaft ist. Und während es in der Bewegung eine Botschaft gibt, die formuliert wird, dann ist es hier, dass es die Charaktereigenschaften schafft, dieser Wegmarke. Für den Islam war auch ihre Botschaft formuliert worden. Für die religiöse Rechte, die das Sonntagsgesetz reinbringen werden. Auch ihre Botschaft wurde formuliert. Für das russische Handeln. Sie fangen an, die Informationsströme der Vereinigten Staaten zu attackieren. Also auch formuliert. Also es ist eine Charaktereigenschaft von dieser Wegmarke. Da gibt es ein weiteres Element, was ich hier rein tun möchte. Wir haben aufgezeigt, dass wir das Wiederaufkommen, die Wiedergeborenen des Königs des Südens erwarten sollten. Und wenn wir über Vladimir Putin reden würden und seine Training hat er für das KGB gearbeitet. In the russische Version der CIA. Also es ist die russische Version der CIA. He specifically worked, his speciality was in counterintelligence. Also seine Spezialität war konträre Intelligenz. Counterintelligence is an intelligence service designed to block an enemy sources of information. Also okay, dieses gegen Geheimdienst, dafür hat er gearbeitet. Und das, diese organisieren Aktivitäten von Geheimdienst, Dienste, die dazu benutzt werden, um eine Quelle von Informationen des Feindes zu blockieren. um den Feind zu täuschen Sabotage zu präventieren und vorzubeugen und politische und militärische Informationen zu sammeln. Also er hat Stalin und Putin, kann man parallelstellen. Beide haben aufgrund ihres Trainings in der Art und Weise gekämpft. Stalins Arbeit ist Banken zu überfallen, assassinating their enemies, seine Feinde zu ermorden, und auch Militärgruppen zu kreieren. Putins Training ist Informationssammlungen, Täuschung und Informationsströme zu verschmutzen. Ich möchte von einem ehemaligen russischen Geheimagent zitieren, Yuri Bezmenov. Und er hat das 1985 gesagt. Also sechs Jahre vor dem Fall der Sowjetunion. Um für den KGB zu arbeiten, und nur 50% der Zeit, Geld und der Kraft wird an der Spionage verbraucht. 85% ist ein langsamer Prozess, welches sie ideologischer Umsturz nennen. Und er sagt jetzt, was das ist. Der Grund oder der Zweck dafür ist die Annahme der Wirklichkeit zu ändern, von jedem Amerikaner. Und in einer solchen Art und Weise, dass auch obwohl es so ein großes Vorkommen an Informationen kann niemand zu wirklichen Schlussfolgerungen kommen, in dem Interesse sich selbst, ihre Familien, ihre Kommune oder ihr Land zu verteidigen. Also 85% der Arbeit, die das KGB in dem Kalten Krieg gemacht hat, war Juri Bezmenov. Wenn man ihn auf YouTube anschaut, ich glaube, dass sie das Interview haben. Juri Bezmenov, wenn man das in YouTube angibt, dann, denke ich, kommt der Clip. Und er sagt das sechs Jahre vor dem Fall der Sowjetunion. Und er sagt das sechs Jahre vor dem Fall der Sowjetunion. Das ist, worin Putin trainiert wird. Er ist ein Experte und sie tun das Gleiche, wie sie das im Kalten Krieg gemacht haben. Putin hat für Jahre gearbeitet, um Informationen in die amerikanische Gesellschaft und die Welt einzufließen zu lassen. Despite all the evidence, so, äh, despite die, ungeachtet den ganzen Informationen, that says Russia invaded the Ukraine, ungeachtet den ganzen Beweisen, say the last one again, Russia invaded the Ukraine, und Russland ist in die Ukraine eingefallen. Und ein Großteil der Bevölkerung kann nicht zu diesen, ähm, möglichen oder diesen, ähm, ja, diesen Schlussfolgerungen kommen. Sinnvollen Schlussfolgerungen kommen. Through the dark web. Also durch die dark web. Through places like Wikileaks. Durch Orte wie Wikileaks. Through Russia today. Wie durch Russia today. Particularly through now social media. Und heute auch sogar viel durch social media, soziale Netzwerke. Information that is attractive for people who listen to conspiracy theories. Ähm, Informationen, die für Leute, äh, attraktiv sind, die Verschörungstheorien glauben. To where they no longer have a perception of reality. Ähm, bis zu diesem Punkt, wo sie dann, ähm, keinen wahrnehmen der Wirklichkeit mehr haben. Und all das, the work Putin is doing for year after year after year. Diese Arbeit tut Putin schon seit Jahren nach Jahren nach Jahren. Comes to its conclusion in 2016. Kommt zu seiner Schlussfolgerung im Jahre 2016. Yuri Bezmenov. Yuri Bezmenov. He said this is a slow process. Er sagt, das ist ein, ein langsamer Prozess. They're playing the long game. Also sie, ähm, sie, ähm, spielen das lange Spiel. Putin is, ähm, geduldig. Aber er kriegt, was er möchte im Jahre 2016. Wo Millionen in Amerika, konnten nicht zu einer, ähm, vernünftigen Schlussfolgerung kommen. Denn sie haben Verschwörungstheorien Gehör gegeben. Und das tut auch Leute in dieser Bewegung einbeziehen. Über etwas, was eine prophetische Wegmarke und ein prophetischer Test war. Also Putin ist gleich Stalin. Sie beide, ähm, kämpfen, ähm, in, ja, aufgrund ihres Trainings, was sie gehabt hatten. Und wir haben gestern drüber geredet, über die Größe von Russland, wirtschaftlich und militärisch. Die US ist eine 20-Billionen-Große-Wirtschaft. Und Russland ist eine 1,2-Große-Wirtschaft. Das ist kleiner wie Italien. Also wenn er die Vereinigten Staaten bezwingen möchte, das Beste, was er tun kann, ist, von innen heraus zu arbeiten. Und die, ähm, Wirklichkeitsannahme der Amerikaner zu verändern. Wo sie dann, ähm, sich, bis zu diesem Punkt, wo sie dann gegeneinander angehen. Und sich gegenseitig hassen. Wer auch immer ein Panium dann gewinnt, Wir wissen, wer ein Panium gewinnt. Aber während dies eine Selbstmordaktion ist von Putin, wie ein Suizidbomber, Selbstmordattentäter, so weiß er auch, kennt er auch seine, ähm, sein Ziel. Er war ein Instrument in der Wahl von Trump. Und er ist und wird die Vereinigten Staaten zerstören. Aber wie eine, und das ist ein englisches Wort, pyrischer Sieg, äh, das kommt mit einem Kosten, kommt mit Kosten. Ich möchte, dass wir uns ein Zitat anschauen. Manuscript Releases number 7, ähm, 7, also Manuscript Releases Band 7, 63.2, 63.2 im Englischen. So, wenn wir ein Zitat lesen, we understand there's a topic sentence, dann verstehen wir, dass es da ein, ähm, Titel gibt, then there's supporting sentence, oder beziehungsweise gibt es ein, ähm, ein Satz, der uns das Thema gibt, dann gibt es einen Satz, der das unterstützt, what you could call the body of the paragraph, oder man könnte das auch den Körper des Paragrafen nennen, und dann gibt es da eine Schlussfolgerung. Und diese Schlussfolgerung, ähm, sollte einfach nur eine Wiederholung dieses, ähm, Satzes sein, der das Thema gibt. Wir wissen, dass es da einen Krieg zwischen dem König des Südens und dem König des Nordens gibt, aber das ist separat von einem anderen Krieg. Am Ende der Welt, da gibt es einen Krieg zwischen Satan und, ähm, Jesus. Und es ist dieser große Kampf. Und ich möchte uns, äh, möchte, dass wir den ersten Krieg, der jemals gefochten wurde, anschauen. Sie zitiert von dem Vers, dass es da Krieg im Himmel gab. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Der Drachen kämpfte und seine Engel. Und er, ähm, überkam nicht oder gewann nicht. Und, äh, sie wurden aus dem Himmel herausgeschmissen. Also das ist die Schlussfolgerung. Sie hat den ersten Satz des Paragrafen genommen. Und den Körper. Und, äh, sie hat beschrieben, was dieser, äh, dieser Vers bedeutet. Haben wir wirklich geglaubt, dass, ähm, Satan Waffen genommen hat und gegen Christus angegangen ist? Das ist der erste Krieg. Die Bibel kallt es ein Krieg. Und die Bibel, wo die Bibel sagt, es ist ein Krieg war. Und ich lese jetzt den ersten Satz. Der Einfluss von Verstand auf Verstand, eine, äh, Kraft so gut für, wenn sie, äh, geheiligt ist, ist gleichermaßen, ähm, stark für das Böse, in den Händen derer, die Gott, ähm, in Opposition gegenüberstehen. Und diese Kraft, äh, benutzte Satan auf, äh, das used in his work of, this power Satan used on the minds of the angels. Okay, und diese Kraft gebrauchte Satan, um die Verstände der Engel zu bearbeiten. Er ließ es so erschienen, dass er das Gute im Universum, oder er wollte Gutes für das Universum. Das Ende vom Anfang. Was war der erste Krieg? Es war eine Schlacht von Verstand gegen Verstand. Da gab es zwei Gruppen von Menschen, die entwickelt wurden. Und wenn zwei Gruppen entwickelt sind, dann weiß man, dass genau hier das ewige Evangelium markiert werden kann. Wir sagen, das ewige Evangelium entwickelt zwei Gruppen von Menschen. Und ich denke, dass das nicht, äh, absolut korrekt ist. Das ewige Evangelium ist nicht die einzigste Botschaft, da gibt es zwei. Zwei Botschaften entwickeln zwei Gruppen von Menschen. Da gibt es Satans Botschaft, und da gibt es aber auch Gottes Botschaft. Da gibt es Wahrheit. Und da gibt es verdrehte Missinformationen. Satan hat die Engel bearbeitet, so dass sie nicht mit einer vernünftigen Schlussfolgerung aufkommen konnten, in Bezug auf, wie die Realität eigentlich aussieht. Es ist genau die gleiche Art der Kriegsführung. Also sagen wir, dass wir in einem Informationskrieg uns befinden. Das macht Sinn. Denn wir sind am Ende dieser Geschichte der Erde. Wir sind am Ende des großen Kampfes. Und am Anfang des großen Kampfes der fing es an mit einem Informationskrieg. Also wir können das auf zwei Ebenen sehen. Der große Kampf. Da gibt es ein, ähm, Streit. Mind to mind. Oder ein Krieg, äh, Verstand gegen Verstand. Für jeden Priester, Leviten und Arbeiter der elften Stunde. Und sie haben eine, ähm, Wahl zwischen den zwei Strömen von Information. Die prophetische Botschaft. Oder Verschwörungstheorien. Um, äh, wenn man den falschen, ähm, Strom, ja, ähm, wenn man an den falschen Informationsstromen festhält, wenn man schon in der Reformlinie weit vorangeschritten ist, ist, äh, das ist leicht dem, dass man im Himmel steht, aber sich dazu, äh, wählt, ähm, Satan zuzuhören. In a time of ignorance, God winked. Äh, in einer, der Zeit der Ignoranz, der Unwissenheit, hat, äh, Gott uns zugewinkt oder zugezwinkert. We are no longer in a time of ignorance. Aber wir sind nicht länger in einer Zeitperiode der Unwissenheit. Und wir werden gerichtet, was wir hätten wissen können, wenn wir dieser Botschaft gefolgt werden, von Oktober an. Nicht von jetzt. So 1989, die, ähm, Erfindung des weltweiten Webs, Wladimir Putin, ähm, benutzt diese Plattform, um in einen weltweiten Krieg einzutauchen, und das ist genau das gleiche wie der erste Krieg, der jemals, ähm, ja, ausgetragen wurde. Ein Informationskrieg, ähm, um die Verstände zu kontrollieren, von jeder Person. Und das ist, äh, sichtbar, im Jahre 2016. Er hat ein, ähm, äh, keep going with the sentence, He developed a government agency. Er hat eine Agentur oder, ja, für die, für die, für die Regierung, äh, kreiert. It sets up in 2013. Und diese kommt im Jahr 2013 auf. It's known as the IRA. Und es ist bekannt als die IRA. The Internet Research Agency. Also, das ist die Internet Research Agency, oder Internet, ähm, Recherche Agentur. It's based in St. Petersburg. Und diese hat ihren, äh, Stellungsort, Stellungsort, äh, ihren Sitz in St. Petersburg. And it has an army of about a thousand people. Und es hat eine Armee von ungefähr tausend Leuten. Who have one job. Die einen Job, eine Arbeit nur haben. Influence public opinion. Ähm, ähm, öffentliche, ein, was? Öffentliche Meinungen zu, ähm, beeinflussen. Over the Internet. Über das Internet. Facebook. Facebook. YouTube. YouTube. Twitter. Twitter. The Deep Web. Ähm, The Deep Web. Ähm, Websites. Webseiten. Things that they can put out into the media. Dinge, die sie in die Medien rausbringen können. Each person has a certain quota. Ähm, jede Person hat eine bestimmte Quote. Of disinformation that they must invent. Ähm, von Missinformationen, die sie, äh, erfinden müssen. And then put out onto the Internet. Und dann ins Internet bringen müssen. They must post on news articles 50 times a day. Äh, sie müssen, äh, auf News, äh, Nachrichtenartikeln, auf, ja, müssen sie 50 Mal am Tag, ähm, kommentieren. Create an expected 10 Twitter accounts each. 10? 10. Ja, okay. Sie müssen jeder 10, äh, Twitter und, ähm, Facebook in Twitter. 10 Twitter accounts. Oh, ist ja okay, sie müssen jeder 10 Twitter accounts kreieren. And tweet 50 times a day. Und 50 Mal am Tag, ähm, tweeten. With 1,000 people, that's 10,000 accounts. Und mit, äh, 1,000 Leute sind das, ähm, 10,000 accounts. They actually traced some of Fox News sources to those exact Twitter accounts. Ähm, und sie haben übrigens, einige Fox News, ähm, Quellen wurden zu diesen Accounts zurückverfolgt. In 2016. Im Jahre 2016. But the main reason that, that Putin does this in 2013. Der Hauptgrund aber, warum, ähm, Putin das in 2013 tut. Ähm, die Hauptarbeit, die dies tut, getan hatte, war für die, ähm, für 2014, wo man in die Ukraine eingegangen, eingefallen ist. Das ist, wo es seine frühe Arbeit, äh, Anfangsarbeit getätigt hat. Last year, February last year. Februar letzten Jahres. Als ein Resultat von der Müller, äh, Robert-Müller-Untersuchung. In der 2016-Jahr, ähm, Wahl. They charged the Internet Research Agency. Haben sie die Internet Research Agency. With violating international law. Mit, ähm, Übertretung des internationalen Gesetzes, äh, beschuldigt. Along with 13 Russian citizens. Gemeinsam mit 13 russischen, ähm, Bürgern. All charged for their interference in the 2016 election. Und alle wurden angeschuldigt, äh, die 2016 Wahlen beeinflusst zu haben. So if we speak of the mode of warfare. Also wenn wir über die Kriegsführung sprechen, It is an information war. Dann ist es ein Informationskrieg. And from beginning. Das Anfang vom Ende. And it has a new platform. And it has a new platform. And it has a new platform. Which is the internet. Which is the internet. So in the Cold War, it took years. Also im Kalten Krieg hat es Jahre gebraucht. To put out false stories. Äh, falsche, ähm, Geschichten rauszubringen. In 2016, it took just a few seconds. Äh, in 2016 gebraucht das alles nur noch ein paar Sekunden. Ich möchte hier ein bisschen vom Kurs noch abkommen. Ich möchte zurück zu dem Studium der Reformlinien gehen. Wir haben die 144.000 abgehandelt. Und wir werden uns nochmal erinnern. Oder wir werden uns nochmal daran erinnern, wie dies ausschaut. Because to move forward, um jetzt voranzuschreiten, in understanding particularly 2014, und in speziellen um 2014 zu verstehen, müssen wir ein Loch füllen, welches wir noch das letzte Mal offengelassen haben. So 1989, so 1989, ähm, 11. September. Das ist das Pflügen, der Frühregen, welches uns zum Sonntagsgesetz bringt, Spätregen, bis zum Ende der Gnadenzeit, Harvest, die Ernte, und zum Zweiten, ähm, kommen, zur Wiederkunft. Dann sind wir zu der Reformlinie der Priester gegangen. Es fängt zur gleichen Zeit an. 1989, 1989, 11. September, dann haben wir den Frühregen, welches uns zu 2014 bringt. Dann haben wir den Spätregen, welches uns zu 2019 bringt, dann haben wir die Ernte. Welche uns zu Panium bringt. Wenn wir über die Leviten sprechen würden, dann sehen wir, dass ihre Reformlinie am 11. September anfing. Dann haben wir 2014, der Frühregen fängt an. 2019, der Spätregen fängt an. Und dann am Panium, die Ernte, bis zum Sonntagsgesetz. Die Tempel-Diener. Sie fangen ihre Reformlinie im Jahr 2014 an. 2019 kommt ihr Test. Panium. Panium. Ist ihr Sonntagsgesetz? Sunday Law. Das Sonntagsgesetz? Is there close of probation? Ist ihr Ende der Gnarrnzeit? Daniel 12, 1. Is there second advent? Ist ihr das Wiederkommen? So this is Sunday Law. Also das hier ist das Sonntagsgesetz? Sunday Law. Sonntagsgesetz? Sunday Law. Sonntagsgesetz. Close of probation. Das Ende der Gnarrnzeit? Close of probation. Ende der Gnarrnzeit? Close of probation. Ende der Gnarrnzeit? Second advent. Das zweite Wiederkommen? Second advent. Das zweite Wiederkommen? Second advent. Das zweite Wiederkommen? Then what we did, was wir dann getan haben, is we placed the increase of knowledge, dass wir die Zunahme der Erkenntnis markiert haben. From 1989 to 9-11, there's an increase of knowledge, vom 1989 bis zum 11. September, ist eine Zunahme der Erkenntnis, goes 1991, welches 1991, is that way mark, is this way mark here, in 1996, 1996, it's formalized, it's formalized, that same pattern, and this same pattern, is repeated, is repeated, is repeated, from 2014, from 2014, there's an increase of knowledge, as an increase of knowledge, to 2016, it continues to swell, it continues to swell, it continues to swell, the swelling of the midnight cry, the swelling of the midnight cry, until 2018, bis 2018, and it's formalized, where it's formalized, uns die Zeit zwischen Ende der Gnadsenzeit und das zweite Wiederkommen geben, platzierten wir den Todeserlass und die Botschaft von Zeit hier. Könnt ihr euch an das Muster erinnern, was wir uns aufgezeigt haben? This is all relating to Boston, Concord and Exeter. Und das steht alles in Verbindung mit Boston, Concord and Exeter. 2014, Boston. 2014, Boston. 16, Concord, 18, Exeter. 16, Concord, 18, Exeter. You can place that in every single dispensation. Und man kann das in jeder einzelnen Dispensation markieren. Also wenn wir zu der Reformlinie der Tempeldiener kommen, dann können wir auch diese Linien markieren. Boston, Concord und Exeter. Zwischen 2019 und Panium, wir haben bereits schon aufgezeigt, auch wenn wir es noch nicht bewiesen haben, dass wir 2020 hier markieren können. 2020 ist der Anfang einer konträren, gegen Revolution, danke, die Schlacht von Lexington und Concord. Man kann viel mit diesen Namen in der Geschichte machen. Nach Panium gibt es eine Wegmarke, nämlich die 273, welche wir platziert haben. also jede Dispensation hat eine Zunahme der Kenntnis und eine Formulierung der Botschaft und ein Test. Wenn es zu der Reformlinie der Priester kommt, was wir nicht getan haben, dass wir die Zeitperiode vom 11. September bis 2014 ausgefüllt hatten. Um die interne und externe Geschichte zu verstehen, denke ich, müssen wir das tun. Um dies zu tun, werden wir anfangen, mit dem Externen darüber zu reden. Und was wir dann tun werden, vielleicht in der nächsten Unterricht, dann werden wir parallel und gegenüberstellen, werden wir das interne und das externe parallel stellen und auch gegenüberstellen. Basierend auf der Wiederholung, auf dieses wiederholende Muster, so wie 1798, Information ist entsiegelt am 11. September, und dann muss es eine Zunahme der Erkenntnis über diese Thematik geben. Und dann muss es formuliert werden, und dann müssen wir getestet werden. Wenn wir als erstes das Externe betrachten, oder lasst uns erst das Interne machen, dann würde ich vorschlagen, dass die Botschaft, die hier zugenommen hat, die Gottes Volk in dieser Geschichte geöffnet wurde, war die 25-20. Also ein paar Jahre nach 2001, tut jemand dieses neue Licht eröffnen, und es wird in der Bewegung weiterhin studiert, und weiterentwickelt bis zum Jahr 2009. Und es wird in einer gewissen Art und Weise dargeboten, in einer Serie in Arkansas, die 25-20 revealed, also eröffnet, bedeutet. Ich werde das hier aufgrund des Platzes hier wegwischen. Dies wurde von Bruder Paminder gehalten. Und es ist die detailliertste Arbeit oder Serie, die über die 25-20 gegeben gehalten wurde. Elder Jeff spricht immer noch über das, als der erste Platz, in dem man die 25-20 zu verstehen würde. Und Bruder Jeff tut immer noch sich auf diese Serie beziehen und sagen, das ist die erste Möglichkeit oder die erste Quelle, wo es gut wäre, hinzugehen, wenn man die 25-20 verstehen möchte. Aber was wir in dieser Zeit lernen sollen, ist nicht einfach nur diese Nummern. Also sie sollen unser Glauben verändern. Wir sollten lernen und verlernen. Was wir hätten lernen sollen, oder was wir lernen hätten sollen, ist das die 25-20, wie Paminder es beschreibt. Das ist der Schlüssel, der die Zeit entschlüsselt. Und bis zu 2012, dieser Schlüssel, der die Zeit löst, hat er 2009 sehr detailliert bereits ausgelegt, war, dass das entwickelt wurde und zu der 126 wurde, welche unsere Formlinie beweist. 1863 bis 1989. 1830 bis 1989. 1888 bis 2014. Also es ist die 25-20, die in 2012 uns eine Botschaft basierend auf Zeit gab. und was es gesagt hat, dass für dich ein Sonntagsgesetz kommt in zwei Jahren. Das ist die Entwicklung der Botschaft. Eine Zunahme der Erkenntnis der 25-20. Und was es uns über die Zeitsetzung lehrt. Und dann 2014. Da werden wir getestet. Nur sehr wenige Leute in dieser Geschichte, die in Details wussten, was hier abgeht und diesen Test abgelehnt und verfehlt haben, sind noch immer in der Bewegung. Ungefähr neun Zehntel haben die Bewegung verlassen. Denn sie haben diesen Test nicht bestanden. Das ist das Interne. Wenn wir das Externe betrachten, da gibt es noch jemanden, der 2009 eine Zunahme der Erkenntnis hat. Und das ist Donald Trump. 2001 wurde er als ein Demokrat registriert. Da gibt es zwei Parteien in den Vereinigten Staaten, nämlich die Demokraten und die Republikaner. Und es ist die republikanische Partei. Also das ist die größte Partei. Das ist die größte Partei, die Konsistenz immer Kirche oder vermehrt Kirche und Staat eingeführt hat. Welches uns das Ende der Welt bringt. 1989 Ronald Reagan 1989 Ronald Reagan ein Republikaner 9-11 George Bush ein Republikaner 2016 musste es ein Republikaner sein, Donald Trump. Ohne all die anderen Beweise basierend auf zwei Zeugen es ist die republikanische Partei. Aber für die Mehrheit des politischen Lebens des Donald Trumps war er überhaupt kein Republikaner. Und von 2001 bis 2009 war er ein Demokrat. Weniger als ein Jahr nachdem Barack Obama die Wahl gewonnen hat im Jahre 2009 Trump changes his party affiliation to Republican tut Trump seine Partei praktisch wechseln und wird ein Republikaner. Er tut auch noch einen anderen Mann kennen und dieser ist bekannt als David Bossy. David Bossy ist ein starker Republikaner der der Kampagnenmanager stellvertretender Kampagnenmanager von Donald Trump im Jahre 2016 wird. Er ist ein Experte auf dem Gebiet von jeder Verschwörungstheorie über die Clintons. Er wurde ein Jahrzehnt zuvor wurde er bereits bekannt als der Haupt als der Haupt als der Chief of what? Chief Investigator for a Conspiracy Theory. Okay, also er ist der Hauptuntersucher war über eine Verschwörungstheorie über die Clintons die Whitewater genannt wird. und andere Theorien über die Clintons. Er wurde gefeuert weil er einige der Beweise da so ein bisschen rumgedoktert hat also in diesen Untersuchungen. aber er ging damit fortführen baute er diese Verschwörungstheorien über die Clintons auf. Also im Jahre 2009 fängt er an diese dem Trump zu füttern. Und im Jahre 2016 während der Wahlen werden diese sehr nützlich. Die gleichen Verschwörungstheorien die auch Menschen in dieser Bewegung gelehrt haben. Trump hat sich nun von Bossy distanziert. Nachdem Beweise aufkamen dass es sich Teil an Campaign what? Fraud. Fraud. Was ist Fraud? Corruption. Nachdem es Beweise aufkamen dass Korruption in dieser Kampagne vonstatten gegangen sind. Um dass Leute Trump praktisch wählen. Also nicht einen dem man vertrauen könnte dass er dass er ehrlich ist. Also im Jahre 2009 im Externen trifft diesen Mann der hinter vielen der Verschwörungstheorien gegen die Clinton ist er ändert den Kurs dass er ein Republikaner ist und wechselt dass er ein Demokrat ist und wechselt zum Republikanismus und abhängig davon wie viel man die letzten Jahre verfolgt hat zeigt es auch auf wie wichtig dieses Ereignis ist ich denke es ist sehr wichtig Trump tut einen Twitter Account erstellen da gibt es ein weiteren externen Ereignis das wir hier markieren wollen wenn wir den großen Kampf aufschlagen würden Seite 590 Paragraf 1 im Englischen von der Mitte des Tates werde ich einfach nur das wiedergeben sie redet hier über das Sonntagsgesetz der Grund warum die Menschen ein Sonntagsgesetz wollen ist weil sie zu temporären Wohlstand wieder zurück gehen wollen was bedeutet dass sie es verloren hatten da gibt es eine wirtschaftliche Krise vor dem Sonntagsgesetz welches sie am Sonntagsgesetz dazu führt Gottes Volk dafür schuldig zu erklären und sie glauben dass sie ihre Verbindung zwischen Kirche und Staat ändern müssen denn sie glauben dass sie unter den Gerichten Gottes stehen das ist alles eine wiederholende Geschichte wir können das zurück verfolgen und es auch demonstrieren wir werden das noch in weiteren unteren Stunden tun tun 2008 2008 da gibt es einen Wall Street Crash und es war der größte Wall Street Crash in der ganzen Geschichte es war ein größerer Crash als der in der großen Depression vom Jahr 1929 2029 aber die Regierung ist reingestiegen und hat viele der Auswirkungen abgehalten sozusagen Wall Street crashes 2008 Wall Street crashed im Jahre 2008 und es fängt an zu fallen und bis 2009 also es kommt nicht am Boden bis zum Jahre 2009 zu diesem Zeitpunkt war Obama noch nicht sehr lang Präsident und er spricht über die Furcht dass dieser Crash den Populismus aufkommen lässt wo Menschen sich gegen die Regierung stellen werden und das ist exakt das was vor dem Sonntagsgesetz passieren wird und 2014 ist das Sonntagsgesetz also man hat einen wirtschaftlichen Crash einen Verlust der temporären Wohlstand welcher zum Populismus führt ein Zusammenkommen von Kirche und Staat ein national Reform Bewegung die bekannt wird als das nach Amerika wieder groß Obama hatte Recht Furcht zu haben und all das fing im Jahre 2009 an im jahre 2012 hätte Trump als Präsident bereits aufgestellt werden können Präsidenten hat er sich mit evangelischen Pastoren getroffen und sie haben ihnen dort gesagt was sie in einem Präsidenten wollten und sie haben über ihn gebetet und sie haben gesagt es ist jetzt noch nicht die Zeit reif die Leute sind noch nicht bereit dich zu akzeptieren und das ist die 2012 Wahlen wo er erkannt werden hätte können und als Präsident kandidieren hätte können aber die Leute hätten ihn nicht akzeptiert intern da gibt es eine Botschaft die von der gleichen Person kommt die 2009 auch markiert werden kann es war nicht die richtige Zeit die Leute waren noch nicht bereit die Tests werden verspätet wenn wir noch nicht bereit sind die Tests werden nicht verspätet wenn wir nicht fertig sind wir verfehlen sie einfach oder verpassen wir tun die Geschichte wiederholen 2012 kann man parallel und gegenüber stellen ein extern und intern individuellen und das ist was wir tun werden wenn wir wieder zurückkommen werden wir werden Donald Trump von 2009 von 2001 eine Linie darüber legen mit oder parallel stehen mit Bruder Paminda 2016 jemand wird gewählt 2016 es wird jemand gesalbt aber es fängt in 2009 an lasst uns beten himmlischer Vater danke für deine Segnungen danke für deine Botschaften für dein Licht dass du uns für diese Prüfung bereit haben möchtest ich bitte dich dass wir für sie studieren und dass wir uns vorbereiten und diese Aufgabe nicht vernachlässigen dass wir bereit werden in Herz und Verstand um eine reine Botschaft zu den Leviten zu bringen und zu den Tempel dienern dass wir so viele Seelen wie möglich für deinen König Reich sammeln können ich bete dies in Jesu Namen Amen Amen